Ich mach's mal auf, ne? Mann, du Arsch! Ich bin da fast reingefallen, ist das eigentlich klar? Hast du auf mich geschossen? Da komm ich aber grad mit Spring ran, komm und dir den wegzuziehen unter Füße. Du kommst in den Knast, fängt dran. Jetzt ist es aber sauer. Das ist es mir wert. Nina ist eben im Perkontor geborzelt, sah aber elegant aus. Das ist es mir wert. Das ist mir wert.